Ich sage mal wieder vielen lieben Dank für eure ganzen Vorschläge zu den Themen. Ah, da muss ich jetzt sehen, aber sonst heilt es die ganze Zeit. Ihr habt so viele coole Vorschläge gebracht für die nächsten Cakewalk-Tutorials. Also sind wir jetzt für die nächste Zeit gut gerüstet. Eins habe ich ja schon, das ist von letzter Woche. Und heute mal wieder ein bisschen Kommentare kommentieren. Ist ja schon wieder überfällig. Ja, ho die, ja, ho die, hallo meine lieben, da Andi von Thöricht hier. Hey, jetzt haben wir mittlerweile soweit auch, dass ich sage, ich kann nicht mal alle Kommentare beantworten. Es sind so viele, also vielen Dank fürs Kommentieren. Und auch die Watchtime steigt im Gegensatz zum letzten Monat. Also schön, dass sie mir da Feedback gibt, dass ich da auf dem richtigen Weg bin. Und ich würde sagen, wir machen jetzt erst mal genau so weiter. Der sechsten Shortcut finde ich nicht auf der Tastatur. Ja, das war ja echt, also da bin ich echt auf den Schlauch gestanden. Ich mache dieses Video über Shortcuts und mache dann selber hier diesen Shortcut und komme da überhaupt nicht drauf. Und Olli hat es dann geschrieben, das mit dem Shortcut. Und dann ist es mir wie schuppend von den Augen gefallen. Ja, klar, Shortcut, Shortcut. Also, vielen Dank, dass du mich da draufgegeben hast. Ich bin echt nicht von der Lua draufgekommen. Ja, aber mal, passt jetzt. Auch ich stehe manchmal auf dem Schläuchlein. In diesem Fall war es ja wohl ja schon ein B-Schlauch. Aber es ist ja schön, wenn wir zusammen dann doof sein können. Ich finde das toll. Bei der Suche nach Cakewalk-Tutorials bin ich nun hier gelandet und in meinem Herzen ging die Sonne auf. Danke, Andi. Ja, da geht ja gleich nicht nur in meinem Herzen die Sonne auf. Vielen lieben Dank. Was gibt es denn gefährliches Halbwissen zu Cakewalk? Das erklären wir mal. Keine Angst, ihr dürft es da rumprobieren. Der explodiert nicht. Zuerst danke für deine guten Videos. Sehr hilfreich. Zwei Fragen. Wenn ich einen Drumgroove auf eine Spur aufnehme, gibt es gut klingende Arpeggiatur-Plugins, wo man dann synchron zu Drum wie eine Ranger-Begleitung hinzufügt. Also eine Arpeggiatur, wie du das so schön sagst. Sehr schönes Wort. Ist bei Cakewalk auch dabei. Dazu können wir auch mal Video machen. Und zwar, wenn du eine Instrumenten- oder MIDI-Spur hast, dann gibt es da im Inspector, den man mit I ein- und ausblendet, übrigens, gibt es da unten den Reiter MIDI und da versteckt sich der Arpeggiator. Dann brauche ich nur noch einfach einen Akkordgreifer und Cakewalk macht den Rest. Wenn ich eine E-Gitarre anschließe, kann ich ein paar Gitarre-Amp-Effekte-Plugins hinzuschalten und mir gängige Gitarren-Sounds abzuspielen, ohne zusätzlich teure Gitarren-Verstärkung und Effektgeräte zu kaufen. Einen virtuellen Amp gibt es bei Cakewalk ja auch, den DH3. Auch zu sehen in meiner Anfängerserie ist es bei Teil 2 dabei. Und die knalligen Hintergrund, das ist mein Track-Farbe. Also generell Design bei Cakewalk ändern. Es gibt zwar einen Theme-Editor, aber das ist ein Haufen Drecksarbeit. Es gibt zwei, Tungsten und Mercury, so die vorgefertigten Themes. Ich nutze das Dunkle und ich glaube, es ist sogar das Tungsten. Ich bin mir immer sicher. Und ja, die Spurfarbe, die kannst du ja auch ganz einfach selber ändern. Das habe ich dem den Teil Busse, Ordnung und Farben schon gezeigt, auch in der Einsteiger-Serie. Ja, das war auch mein Video, dass ich so meine Plug-ins, mit denen ich jetzt immer arbeite, weil ich arbeite ja doch mit mehr, außer diesen Stock-Plug-ins, die bei Cakewalk dabei sind. Man macht das doch schon ein paar Jährchen und da findet jeder seine Lieblings-Plug-ins. Wobei, sagen wir es dann auch, also der Pro-Channel bei Cakewalk ist nach wie vor etwas, was ich sehr oft nutze, weil ich einfach geil finde. Und immer nur, seit er dabei ist. Na, das ist doch mal was. Habt mir bisher nur das B gemerkt, wie Andi uns aufgetragen hat. Wie nur das B. Ich glaube, in jedem meiner Toreals, es hat mindestens drei Shortcuts dabei, die ich euch beibringe. Also, euch folgt doch bestimmt. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ein anderes Tastenkürzel als B bei Cakewalk. Jetzt. Frecher Hund, du. Ja, und der Hans-Martin hat mir noch geschrieben und es ist was, passt doch mal auf. Vielleicht könnt ihr da weiterhelfen. Es ist jetzt tatsächlich ein Problem, wo ich selber nicht weiterkomme. Ich kann das Problem nachvollziehen und auch reproduzieren, aber ich finde keine Lösung dafür. Vielleicht wisst ihr was. Und es war auch folgendes. Hans-Martin hat auch hier ein Video dazu gemacht. Der Link ist auch in der Beschreibung. Er erklärt das sehr schön. Im Endeffekt ist es so, er fügt eine Instrumentenspur ein mit einem TTS. Und da kann man ganz normal aufnehmen. Auch das MIDI-Echo funktioniert. Und sobald du eine zweite Spur einfügst, ich habe es schon ausprobiert, egal, Instrumentenspur, Wave, Audio, MIDI, völlig egal. Dann geht das Monitoring-Nummer. Also, ich höre was, wenn ich spiele, aber nur, solange ich nicht aufnehme. Sobald ich auf Aufnahme drücke, nimmt er zwar auf, aber ich höre den Synthi nicht mehr. Und das passiert erst, wenn ich eine zweite Spur hinzufüge. Solange es der Synthi für sich alleine stellt, funktioniert alles einwandfrei. Und ich kann es bei mir auch selbst reproduzieren. Aber weder im Forum noch ganz irgendwo finde ich da irgendeinen Lösungsansatz. Vielleicht wisst ihr da was. Schreibt mir doch mal. Oder den Hans Martin. Was hat es mit den verschiedenen Ordnern auf sich? Benötige ich zwingend die angegebenen Pfade? Kann man nicht einfach alle Plugins in einen Ordner packen? Ich habe einige runtergeladen und fast keines wird richtig erkannt, beziehungsweise angezeigt. Es steht zwar beim Scannen, dass neue gefunden wurden, aber sehen kann ich diese dann nirgendwo. Wie ihr es vielleicht bemerkt habt, geht es um die VSP-Plugins. Und wenn Cakewalk sagt, es wurde neu erkannt, sie werden bei dir aber nicht angezeigt. Wäre mein erster Lösungsansatz, ob du im Browser bei der richtigen Sparte guckst. Die Frage ist, sind es Fals-T-Instrumente? Da musst du hier im Reit Instrumente schauen. Oder sind es Fals-T-Effekte? Da musst du hier unter Effekte gucken. Grundsätzlich ist es egal, welchen Ordner die reinkommen. Wichtig ist, dass diese Ordner bei Cakewalk bekannt sind. Dass ihr entweder bei der Installation dieses VST-Plugins an dieser Cakewalk-Pfade angebt. Oder, kann ja genauso sein, dass ihr Cakewalk nachträglich installiert habt, dass ihr dann Cakewalk sagt, hey, wo ist denn mein Standard-VST-Plugin-Ordner? Was bedeutet verknüpfte VST-2-Plugins ausblenden bei den Einstellungen? Ich habe es deaktiviert, aber sehe die Plugins trotzdem nicht. Woran erkenne ich, ob es ein VST-2- oder VST-3-Plugin ist? Welche Plugin-Version das ist, ob es ein VST ist, ein DirectX oder VST-3, dann hier im Browser auf das Plugin einmal draufklicken und dann wird es da unten angezeigt. Und diese Option verknüpfte VST-2-Plugins ausblenden, die würde ich aktiviert lassen, weil es ist so, Cakewalk schaut immer grundsätzlich, welche Plugins sind vorhanden und wenn es merkt so, hey, hier existiert ja das Plugin als VST-2- und VST-3-Version, dann blendet es die VST-2-Version grundsätzlich immer aus. Hallo Andi, ich würde gerne helfen, auf die Tausend zu kommen, aber ich habe den Kanal ja schon abonniert. Finde ich richtig klasse und ich habe jetzt auch wieder mehr Zeit, was mit Cakewalk zu machen, wenn draußen alles winterfest ist. Ich habe einen Bekannten aufgenommen, der seine Frau mit ein paar Songs überraschen wollte. Das Ergebnis hat ihm gut gefallen. Mach weiter so. Liebe Grüße, Rainer. Ja, das ist genau sowas, was ich hören möchte, dass ihr anfangt oder anfängt, Cakewalk zu nutzen, rumzuexperimentieren, einfach Freude am Musizieren habt. Mehr braucht es doch gar nicht. Wir müssen es ja gar nicht kommerziell hernehmen. Ich meine, es ist sowieso utopisch, in der heutigen Zeit mit irgendwelchen Songs berühmt zu werden. Aber was spricht denn dagegen, wenn ich sage, ich mache das für mich myself in All. Also ich mich her sitze und sage, ich mache Musik einfach der Musik des Musizierens wegen. Ist doch auch was Schönes. Mach das doch so mehr so wie der Rainer. Hallo Andi, verfolge deinen Kanal schon länger und finde deine Tutorials super. Einfach, informativ und sympathisch erklärt. Somit ist Cakewalk auch meine erste und einzige Diaw geblieben. Vielleicht könntest du mal eine Zusammenfassung, der häufig sagt, ach so, das sind die Shirk, da haben wir ja durchaus was. Ja, und da unten haben wir wie immer ein Video zum Chillen und bis dahin Bussi aufs Bauch wie Bärli. Und Servus. Keutplatz. Vielleicht liegt sie aber nie hoch.